So sagte sein Volk zu ihm, zu Karun, freu dich nicht, denn war nicht, Allah liebt nicht diejenigen, die sich freuen. Frage, ist es erlaubt, dass wir uns freuen? Mal angenommen, du kriegst einen Scheck nach Hause, eine Nachzahlung von den großen Energieunternehmen, die uns immer mehr Geld aus der Tasche ziehen, du kriegst eine Nachzahlung. Das war ein Witz. Es gibt kein Guthaben mehr, sondern du musst immer nur bezahlen. Aber mal angenommen, du kriegst ein Guthaben von 3000 Euro. Wirst du dich freuen? Du weißt, das ist nur ein Traum. Er wird sich freuen. Jetzt sein Freuen, ist das verboten? Ist sein Freuen verboten, dass er sich freut? Was haben sie hier gemeint? Allah liebt nicht diejenigen, die sich freuen. Das geht nicht darum, dass wenn du etwas bekommst und dich freust als eine Gabe oder Gnade von Allah Azzawajal. Dieses ist natürlich eine Sache, die lobenswürdig ist. Es geht darum, dass du dich freust über eine Sache, die du im Unrecht genießt. Du hast Geld und zeigst dich vor den Leuten mit dem Geld und mit diesem Geld ist dein Kibber, dein Hochmut angewachsen. Und jetzt siehst du die Leute, als wären sie nichts vor dir. Du fährst mit einem gewaltigen Auto durch die Gegend vor den Leuten, die sich so ein Auto nicht leisten können und zeigst ihnen, dass du jetzt etwas Besseres bist als sie. Das ist die verbotene Freude. Eine Freude, die dich zu was lenkt? Zur Sünde und dazu ungerecht zu werden. Dieses ist verboten. Wie wenn einer von uns aufsteht und sagt, schaut mal, ich lade euch alle ein in die Shisha-Bar und wir freuen uns. Ist diese Freude erlaubt? Nein, diese Freude ist nicht erlaubt, weil diese Freude ist verbunden mit einer Sünde. Nochmals, wenn Allah azawajal dir Vermögen gibt, zum Beispiel du hast ein Haus gekauft, eine Schrottbude, 15.000 Euro. Nach einem Jahr hörst du, 300.000 Euro kostet jetzt deine Bude. Du freust dich, kein Problem. Weil dich das nicht zur Sünde zieht. Aber sobald du mit dieser Gnade, die Allah azawajal dir gegeben hat, dass du denkst, du bist etwas Besseres geworden und das mehrt dein Kibir, dein Stolz und dein Hochmut, so ist das eine Freude, die der Islam verboten hat.